Was ist ein Differentialantrieb? Ein Differentialantrieb oder kurz einfach Differential, auf Englisch Differential Drive, ist ein Antrieb aus zwei unabhängigen Motoren einer Achse. Das heißt, das rechte und das linke Rad haben jeweils einen eigenen Motor. Räder der anderen Achsen benötigen dann keinen Antrieb. Drehen beide Motoren vorwärts, fährt der Roboter nach vorne. Drehen beide rückwärts, fährt er nach hinten. Dreht dabei aber zum Beispiel der linke Motor schneller wie der rechte, macht der Motor eine Rechtskurve, weil die Linkseite schneller fährt. Und die rechte Seite quasi überholt wird. Der Name Differential kommt daher, dass die Richtung des Roboters über die Differenz, also den Unterschied der Drehzahlen der Räder eingestellt wird. Ein Differential wird gern für kleine mobile Roboter, wie zum Beispiel Staubsaugerroboter oder Rasenroboter verwendet. Auch Rollstühle funktionieren nach diesem Prinzip, nur sind die Antriebe hier die Muskeln des Patienten. Man kann solche Roboter so in alle Richtungen in der Ebene lenken und auch auf der Stelle rotieren lassen, wenn beide Räder gleich schnell, aber in unterschiedliche Richtungen drehen. So ist es einfach, zum Beispiel aus Ecken oder engen Orten heraus zu manövrieren. Die Programmierung ist der etwas komplizierte Teil mit dem Ganzen. Üblicherweise hat man die Informationen Geschwindigkeit und Richtung und möchte diese überführen in zum Beispiel PWM-Werte für die Drehzahl der Motoren. Man muss also eine 2D-Information, Geschwindigkeit, Richtung, in eine andere 2D-Information, Drehzahl rechts und Drehzahl links umrechnen. Oder man beginnt mit einem Joystick und möchte dessen X- und Y-Position in die Motordrehzahlen umrechnen. Auch dann konvertiert man eine 2D-Information in eine andere 2D-Information. Diese Variante wollen wir uns in diesem Video genauer anschauen. Es ist aber nicht schwierig, den Richtungswinkel in einen solchen Y-Wert umzurechnen. Schaut dazu auch auf unsere GitHub-Page, der Link ist in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Arduino-Code zum Video. Für die Umrechnung von Joystick-Position zu Motordrehzahlen gibt es jetzt theoretisch unendlich viele verschiedene Möglichkeiten. Wir wählen hier eine einfache und relativ sinnvolle Lösung, eine lineare Abbildung. Wenn ihr das folgende Mathematische nicht versteht oder nicht verstehen wollt, könnt ihr auch einfach die Lösung übernehmen und für euch anpassen. Ich versuche aber, die Erklärung jetzt möglichst einfach und wenig fachsprachlich zu geben. Als erstes skalieren wir unsere Werte auf einen Wert zwischen minus 1 und 1. Das macht die Theorie einfacher und universal für verschiedene Hardware. Später rechnen wir das dann wieder um auf Werte zwischen 0 und 1023 oder 0 und 255, um die realen Bauteile anzusteuern. Eine lineare Abbildung von 2D zu 2D funktioniert über eine Matrix-Multiplikation. Wir verwenden eine 2-Kreuz-2-Matrix mit zwei Zeilen und zwei Spalten, also den vier Parametern A, B, C und D. Diese repräsentieren einfach beliebige Zahlen. Multiplizieren wir die Matrix mit dem Eingangsvektor, zum Beispiel x- und y-Wert des Joysticks, erhalten wir den Ergebnisvektor oder Ausgangsvektor, der zum Beispiel die Drehzahl rechts und Drehzahl links enthält. Das Ganze können wir aber auch als zwei separate Rechnungen darstellen, dann brauchen wir die Matrix-Schreibweise nicht mehr. Jetzt müssen wir die vier Parameter A, B, C und D bestimmen. Um die Parameter festzulegen, suchen wir uns Kombinationen aus Eingangsvektoren und Ergebnisvektoren, die bekannt sind, beziehungsweise die wir jetzt festlegen. Zum Beispiel wollen wir für den Eingangsvektor 0,0, dass sich beide Motoren nicht bewegen. Wenn wir das in die Gleichungen eintragen, müssen sie aufgehen, das heißt es darf keinen Widerspruch geben. Das ist aber auch nicht der Fall, war aber auch nicht zu erwarten bei einer solchen linearen Abbildung. Wir brauchen noch mehr solche Kombinationen. Ist unser Joystick zum Beispiel gerade und maximal nach vorne gerichtet, dann ist unser Eingangsvektor 0,1. Unser Ausgangsvektor soll in diesem Fall 1,1 sein, also beide Motoren sollen mit 100% Geschwindigkeit nach vorne drehen. Alle folgenden Kombinationen müssen linear unabhängig von den vorherigen sein. Das heißt, sie dürfen sich nicht durch die einfache Skalierung oder das Zusammensetzen vorheriger Kombinationen ergeben. In diesem Fall wäre jetzt eine neue Kombination mit minus 1, minus 1 nicht möglich. Sie ist einfach die vorherige Kombination mit minus 1 multipliziert und liefert daher keine neue Information, wie man sieht. Eine weitere Kombination wäre 1,0 als Eingang und minus 1,1 als Ausgang. Das bedeutet übersetzt, bewegen wir den Joystick nur nach rechts, soll der Roboter sich auch nur nach rechts drehen, ohne dabei nach vorne und hinten zu fahren. Dafür muss der linke Motor nach vorne drehen, plus 1, und der rechte gleichzeitig nach hinten, minus 1. Durch das Einsetzen in die Gleichungen können wir die Parameter der Matrix bestimmen. Wir erhalten zum Beispiel folgende Matrix. A, B, C, D sind minus 1, 1, 1 und nochmal 1. Die Rechnung, die wir im Arduino-Programm ausführen müssen, sieht dann so aus. Zuerst lesen wir die Joystick-Werte mit Analog Read ein. Das ergibt uns Werte zwischen 0 und 1023. Diese skalieren wir dann auf den Bereich zwischen minus 1 und 1. Anschließend berechnen wir die Ergebniswerte mit den Gleichungen der linearen Abbildung, die wir eben bestimmt haben. Anschließend skalieren wir auf die Ausgangswerte. Das sind hier PWM-Werte mit einem Bereich von 0 bis 255. Achtung, der Betrag dieser Zahl bestimmt die Drehzahl. Das Vorzeichen, die Drehrichtung. Wir benötigen beide Informationen, aber separat, also nicht in einer gemeinsamen Zahl, sondern in zwei verschiedenen. Im nächsten Schritt berechnen wir also den Betrag und anschließend legen wir die Richtung anhand des Vorzeichens fest. Die Funktionen dazu haben wir hier oben vordefiniert. Was die Input-Pins sind, sehen wir gleich. Im letzten Schritt, bevor wieder alles von vorne beginnt, schreiben wir die Beträge, also die Absolutwerte von eben, an die Enable-Pins. Wie wir diese Informationen verarbeiten, seht ihr jetzt. Für dieses Beispiel verwenden wir zwei einfache DC-Motoren, die wir mit einer L293B-H-Brücke ansteuern. Wie das geht, könnt ihr in unserem Video Nummer 12 anschauen. Es ist auch in der Beschreibung verlinkt. Wir schließen die Motoren so an, wie hier auf dem Schaltplan, dass wir beide Motoren in beide Richtungen drehen können. Die Richtungsinformationen schreiben wir als digitale Werte auf die Input-Pins des L293B. So wird festgelegt, in welcher Richtung der Strom durch die H-Brücken fließen kann. Die Stromrichtung bestimmt dann eben die Drehrichtung der Motoren. Die Drehzahlwerte schreiben wir als PWM-Werte auf die Enable-Pins. Sie stellen ein, wie viel Strom durch die H-Brücken fließen und bestimmen eben somit die Drehzahl. Damit die Motoren am Ende auch so drehen wie gewünscht, ist entscheidend, dass sie richtig rum mit dem L293 verbunden sind. Gut, das findet man aber am besten durch Ausprobieren heraus. Bisher war das alles hier Theorie. In der Praxis funktioniert das Ganze dann leider nicht so schön, auch wenn das Prinzip richtig ist. Zum Beispiel schwanken die Positionen des Joysticks immer in Bissern, sodass die Motoren immer etwas unruhig sind. Auch ist die Steuerung sehr hart und empfindlich. Schon kleine Bewegungen am Joystick lösen starke Bewegungen des Roboters aus. Möglichkeiten zur Lösung dieser Probleme sind zum Beispiel die Diskretisierung der Eingangs- und Ausgangswerte. Wir haben zum Beispiel die Ausgangswerte von 0 bis 255 nochmal in 5 Abschneide aufgeteilt, sodass zum Beispiel für Werte zwischen 0 und 50 immer eine 0 ausgegeben wird, für Werte zwischen 51 und 102 immer eine 51 und so weiter. Das macht den Roboter weniger wackelig. Wem die Lenkung zu extrem ist, der muss die Parameter der Matrix anpassen, zum Beispiel für a, b, c, d, minus 1,5, 1, 1,5 und nochmal 1. Hier haben wir für die Ausgangskombination 1,0, also eine Rechtskurve, den Ausgang minus 1,5, 1,5 gewählt. Das macht die Kurven eben weniger scharf. Am Ende muss man natürlich selber schauen, was einem am besten passt, für die eigene Anwendung. Schreibt gerne eure eigenen Tipps oder auch offene Fragen in die Kommentare. Wir hoffen, ihr konntet aus dem Video etwas mitnehmen. Links zum Arduino-Code und Schaltplan sind wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.